Hallo Freund Hallo Freund und herzlich willkommen zu ein Neuen Mob Arena Teil Wir stehen natürlich mal die Mob Arena 2 Hör ja, ich merke die nicht so Trotzdem wir machen wieder vier unten wie gewohnt oder wie man erst vor ja Ok, we've 1,2,1 Oh fuck, forget Ok, den hab ich gesnackt und dann auch Yeah Gut He ridicates Ahhh Fuck fak We ham hj hedisst Yeah Den diss wir auch Yeah Oh fuck das ist ja nicht so dass ich hier treffen kann ich bin ich bin die ich bin fertig scheiße fertig wenn man die alle fertig ich bin zu langsam wir kommen an zu sagen die machen wir alle fertig und ich habe schon 13 kills das ist schon mal geil yeah und ich habe gar keine ahnung was ich hier reden soll aber ich werde mir schon irgendwie ein paar Themen zusammenkratzen und irgendwie ich bin tot jo das heißt der nächste ist dann der Tank nein wir haben gerade Tank gespielt nein wir haben Nike gespielt fuck okay ich bin wieder die da 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 so yeah der Tank der ist ein bisschen stärker wegen seiner schönen die hier da hat er einen kurzen oh fuck okay ich bin fertig ist er tot er ist tot wie gesagt haben wir es auch er tut und ich singe einen Scheißdreck zusammen an man 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 ich höre mich auf fuck ich töte ihn ich töte ihn ich töte ihn man den bin ich auch tot fuck oh fuck bin ich tot trägt daheim und trägt daheim und trägt daheim und trägt daheim und okay den haben wir gefickt geht nicht mehr ausgesoffen und yeah das hoff oh shit oh shit oh shit oh shit scheißsniper hat das gedacht wir bringen die alle um ich sag's euch ich sag's euch ich sag's euch als ich knall da drauf alle zu mir kaufen ich glaube ich überlege mir irgendwie so eine challenge zu machen wie viel käse ich habe ich werde immer besser machen ich werde immer besser auf okay okay die nächste runde einfach mal so dass jetzt können wir ein bisschen taktischer vorgehen okay warum ist das richtig und hier kommen wir monster stier mit art ist auch schwer wir haben eingekillt die können wir nicht mit dem einfachen holz wird wächst alter was ist das so wie nein 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 aber sieben ja auch vier sieben das ist richtig anstrengend ich nehme den das ist aber nötig weil wir wirst du denn mit den nieder stein der okay dann snacken wir hat die alle mit dem stein ja mann gewöckert ist ich stelle ich alles so auch wenn es hat der funk naja da gut ich weiß jetzt sind